yo freunde willkommen zu einem neuen video diesmal war penny penny in österreich also schreckt euch nicht über die preise ja ist für euch mal ganz interessant vielleicht anzuschauen was die in österreich dafür verlangen aber die österreicher verdienen glaube ich auch ein gutes stück mehr als wir trotzdem finde ich irgendwie frech die artikel für fast das doppelte oder teilweise fürs doppelte anzubieten wir haben hier zum beginn die pyro maschine ja 20 schuss 20 euro für 40 schuss so rum daneben die fire launcher 100 schuss müssten die oder müsste die powerbox sein die es im niedergipfel fünfer dann gehe ich doch nicht fang hier unten weiter dann haben wir hier die atomic oder atomic 13 euro für 88 schuss dann haben wir hier die virtual oder virtual auch als matrix bekannt das habe ich eben herausgesucht schon mal für euch für die dies nicht glauben wollen wenn ihr euch das mal anguckt hier die anordnung ja ja auch dann guckt das an das ist die definitiv ja kostet bei uns in deutschland knappe sechs euro wenn wir es mal aufrunden acdc finde ich einfach mal komplett hässliches design an der stelle 48 schuss für 30 euro ordentliche ansage adrenalin verbund gibt es hier für 80 euro daneben ein einziges böller sortiment ja das ist auch die einzige seite falls ihr euch wundert warum ich das jetzt schon weiß ja ihr habt ihr 40 von diesen ekligen reikopf knaller acht frösche und vier kubis die kubis wahrscheinlich noch das beste daraus dann habt ihr oben sky titans und wishes of gold wishes of gold sind die gold raketen und vier wunschraketen was auch immer man mit vier wunschraketen will ja sky titans kann man sich eigentlich sogar noch mitnehmen kostet bei uns in deutschland glaube ich auch ein gutes stück weniger aber man kann ja pro rakete ungefähr 1 euro und dann kommt das ja eigentlich noch hin das ist ja noch ganz akzeptabel in anführungszeichen city of heroes haben wir hier für 60 euro darunter befindet sich das pyro monster ja für die kleinen was zum zünden ja für 9 euro dann haben wir die phantom oder phantom für 36,99 euro und dann haben wir hier nicht erschrecken das ist ja für fünf euro für fünf raketen 25 euro ist hart aber was ich weiß ist dass die teile hier extrem fett sein sollen und dass die auf jeden fall deutlich mehr als 20 gramm haben ich glaube 50 gramm nem oder so haben die teile aber ich finde den preis trotzdem an der stelle einfach zu hoch ja und dann haben wir als letzten artikel leider schon weil wie gesagt hier gibt es nichts mehr zeige ich euch kurz vorher denkt ihr ich hätte wieder was vergessen wie es unter einem kommentar fällt bei meinen videos mal der fall war ja wo ich nämlich nichts vergessen habe weil leute es einfach nicht zu ende geschaut haben ja dann haben wir hier das family stars für zehn euro ja bei uns in deutschland kostet das ein fünfer oder ein bisschen drüber ja genau das war es dann auf jeden fall für das prospekt ich hoffe meine tonspur ist nicht verzogen und auch das video läuft flüssig aber ich habe nämlich cyberpunk offen und ja hier ist original für die dies jetzt unterstellen wollen das raubkopie wäre genau dann bedanke ich mich an der stelle auf jeden fall fürs zusehen abonniert doch meinen kanal lasst mir leichter und schreibt etwas in die kommentare teilt doch gern das video folgt mir auf instagram ist alles unten in der video beschreibung verlinkt und dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis dahin ciao und schönen abend